Der RBB gibt uns wertvolle Tipps, wie wir aus einer Situation fliehen können, wenn ein Streit eskaliert oder wenn wir beispielsweise angegriffen werden. Leider gibt es hier jetzt für die Frauen, die darauf gehofft haben, keine Hinweise darauf, wie man einem Bärenangriff entgeht. Aber ich glaube, dafür gibt es andere Formate, die einen sicher gut darauf vorbereiten. Aber zurück zum RBB-Angriff. Wirst du angegriffen, nix wie weg. Das ist auch immer wieder mein wichtigster Hinweis, wenn es um das Thema geht, der wichtigste Ratschlag, den euch jeder geben wird, so schnell wie möglich aus dieser Situation. Das ist ein Grundsatz und das gilt natürlich nicht ausnahmslos immer für jede Situation, aber es ist die einzige Möglichkeit, um tatsächlich möglichst unbeschadet aus irgendeiner Angriffssituation zu entkommen. Vor allem, wenn es sich dabei um mehrere Angreifer handelt. Der RBB empfiehlt folgendes. Fluchtechniken, um den Angreifer oder die Angreiferin zu irritieren und abzulenken. Schrei, so laut du kannst. Auch Taschenalarme sind empfehlenswert. Taschenalarm habe ich kurz mal nachgegoogelt. Das ist so ein kleines Gerät, da drückst du drauf, macht einen Höllenlärm, wie so eine kleine Sirene zum Beispiel. Möglicherweise kann das helfen. Ekel versetzt den Organismus in Alarmbereitschaft. Simuliere, dass du dich in Richtung des Täters oder der Täterin übergeben musst. Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise in einem bestimmten Fall funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt von dem Typen mit seiner Freundin, die, wenn er diese Würgegeräusche macht, dann selbst immer mitwürgen muss. Wenn das vegetative Nervensystem des Angreifers ähnlich vielleicht strukturiert und aufgebaut ist, könnte ich mir vorstellen, dass er sich dann davon abbringen lässt oder zumindest für einen kurzen Moment irritiert ist, damit ihr wegrennen könnt. Ob es wirklich effektiv ist, um aus so einer Situation zu entfliehen, weiß ich nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, das ist das, was übrigens einige Migranten machen, wenn sie abgeschoben werden und sich in einem öffentlichen Linienflug befinden, dass sie sich zum Beispiel in die Hose machen, also einstuhlen. Möglicherweise auch Wasser lassen, nur ich weiß nicht, was genau davon am effektivsten ist. Auf jeden Fall erregen sie so viel Aufmerksamkeit und machen so viele Probleme, dass dann der Pilot entscheidet, dass derjenige, der abgeschoben werden soll, das Flugzeug verlassen muss und damit ist die Abschiebung erstmal verhindert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das möglicherweise Ekel auslöst. Ich weiß nicht, warum man an dieser Stelle das nicht mit aufgenommen hat, aber sich einzustuhlen, sich in die Hose zu sch... ist eine weitere Möglichkeit, die ich euch hiermit an die Hand geben möchte, wenn ihr überfallen werden solltet. Ich stelle mir das gerade vor, wie jemand dort angestrengt anfängt zu drücken und der Kopf ganz rot wird und der Angreifer möglicherweise fragt, ob man einen Moment vielleicht Privatsphäre haben möchte, ob man sich kurz umdrehen soll. Weil es gibt ja auch Leute, die dabei ein bisschen schüchtern sind, so wie die schüchterne Blase. Simuliere eine schlimme Krankheit wie Herzinfarkt, epileptischer Anfall, plötzliche Blindheit. Das mit dem Herzinfarkt, also sich theatralisch an die... ans Mikrofon... sich theatralisch an die Brust zu fassen und dann dabei auf dem Boden zu liegen. Je nachdem, warum man angegriffen wird, beispielsweise wenn man ausgeraubt werden soll, glaube ich eher, dass der Angreifer sich darüber freut, weil in der Situation ist man ja ihm noch mehr ausgeliefert, hilflos ausgeliefert, als ohnehin schon, je nachdem, ob derjenige ein Messer dabei hat oder nicht. Und das macht es natürlich noch leichter, einem irgendwie die Gegenstände wie das Handy oder ein Taschenalarm oder auch das Portemonnaie abzunehmen. Halte ich für unpraktisch. Der epileptische Anfall ist natürlich die Frage, wie lange man das durchhalten kann, dann zappelnd dabei am Boden zu liegen. Das könnte wiederum effektiver sein, weil indem ich halt anfange zu zittern, zu zappeln und eben einen Anfall simuliere, könnte es schwieriger sein, dabei mir das Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen. Allerdings, wenn ich dabei auf dem Boden liege, steht die Möglichkeit, dass mir jemand einfach gegen den Kopf tritt. Dann werde ich bewusstlos. Derjenige versteht vielleicht, dass der Anfall nur simuliert. Halte ich für nicht wirklich praktisch. Das mit der plötzlichen Blindheit, also das verstehe ich wirklich nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ich einfach nur zu blöd bin, das zu verstehen. Aber tue ich dann so, oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Hilfe. Ist das nicht auch eher eine Eigenschaft, die es einem noch leichter macht, ausgeraubt zu werden, weil man ja den Angreifer dann nicht mehr sehen kann? Also schreckt das wirklich jemanden ab? Vielleicht fehlt mir da einfach nur die Vorstellungskraft und ich interpretiere das Ganze hier nur vollkommen falsch. Die Reaktionen auf diesen Beitrag, auf Instagram, die sind ziemlich eindeutig. Dark Based TV, das habt ihr nicht wirklich gepostet. Das Beste Deutschland aller Zeiten. Simuliere plötzliche Blindheit, ich gehe kaputt. Experte Dr. Sommer aus der Bravo. Bitte sagt mir, dass das nur ein schlechter Scherz sein soll. Ist das Satire. Leider ist der 1. April schon ein wenig länger her. Ich glaube, die meinen das tatsächlich ernst. Ein weiterer Nutzer fragt, ob man jetzt Survival Guides braucht, um in Deutschland einfach nur überleben zu können. Interessanterweise ist das ja ein Hinweis vom RBB, dass wir uns quasi an die Gegebenheiten im Land anpassen sollen. Etwas völlig anderes empfiehlt man ja beim Klimawandel, wo man ja auf sich häufende Starkregen oder Unwetterereignisse sich eigentlich darauf einstellen könnte und das Land quasi dafür wappnet und geeigneten Hochwasserschutz zum Beispiel umsetzt. Nein, da ist es wichtig, dass wir E-Autos fördern, aber nicht die falschen E-Autos, also nicht die vom bösen Elon Musk, der für Meinungsfreiheit und so weiter ist, sondern nur die guten E-Autos oder so ähnlich. Je nachdem, um welche Art von Angriff es sich handelt, glaube ich, dass diese Dinge, die hier aufgezählt, aufgelistet werden, nicht wirklich dazu geeignet sind. Mit diesen Taschenalarm kenne ich mich nicht gut genug aus, um sagen zu können, wie effektiv das möglicherweise ist. Die, die ich auf Amazon gesehen habe mit 140 Dezibel, ich glaube, die sind schon recht laut und auch zu schreien und so auf sich aufmerksam zu machen, ist möglicherweise eine gute Möglichkeit, um denjenigen abzuwehren oder zumindest, um Leute darauf aufmerksam zu machen, um umstehende Passanten aufmerksam zu machen, die einem dann zur Hilfe eilen können. Schreibt mir gerne eure skurrilsten Ideen, wie gesagt, meine wäre die mit dem Durchfall, allerdings müsste man sich dann auch ständig irgendwie so ernähren oder verhalten, dass man im Notfall auch das akut umsetzen könnte. Also vielleicht doch nicht die beste Möglichkeit. Ich halte es dennoch für effektiver, als so zu tun, als müsste man sich übergeben. Gerne die kreativsten Ideen von euch unten in die Kommentare. Der Kommentar, der mir am besten gefällt, den werde ich oben anpinnen. Und vielleicht überlege ich mir noch eine Kleinigkeit. Demjenigen schenke ich dann einen Taschenalarm oder sowas. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank im Vorfeld schon mal für eure kreativen Vorschläge. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Wenn ihr nichts verpassen möchtet in Zukunft, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.